Und dann geh ich jetzt mal hier oben bis dem Aufgangsflug, die wir gerade vorhin waren. Ne nicht da, andere Seite vom Wasser. Will ich doch da vorgenommen. Hygiene, Hygiene hab ich ja auch gezielt. Lauf noch weiter links Kann auch mal ein Auch bei mir Burrats Ich mach aber nicht, weil ich das grad hier irgendwie nicht sehe Hier sind die schöne Wege Da vorne ist das Ding An der Wand Da am Rand Ist doch kein äh Ding Wie bei ähm Wie heißt das hier? Da war es noch Dauern so Das sieht ja cool aus, guck dich das immer an Geh mal dahin Und wenn sich das geöffnet hat, drück das mal nicht sofort weg Sondern zieh das mal mit der Maus so hin und her Das ist wie VR quasi Kannste dir die Note angucken Da Oh das ist hier so ein Mensch der da sitzt Was ist die Welt? Was steht denn da? Auch hier Leute ihr könnt selber lesen Bis die halt kurz auf Pause machen Das ist ja, oh ich komm hier mit Das ist so cool Aber das mit der Schrift, dass es so spiegelt Ist ein bisschen ätzend Cool gemacht, also ist recht Mhm, find ich auch ganz geil gemacht Aber auch die Note an sich sieht geil aus Dass es so VR mäßig gemacht ist, find ich cool Ja Warte mal, ich level mal eben Hup Auch Ausdauer Ja warte, Ausdauer mach ich auch einmal Und ähm Bewegungsgeschwindigkeit Dann wird das langsam echt auf dem Zeiger Oh ich kann jetzt voll Strukturen machen Ja kann ich auch, aber jetzt schon direkt Wieder umbauen Äh, ja Weil wegen stabil und so Ha, ich konnte schon Pfeile machen Ich auch Pfeilen und Bogen hab ich schon gelernt Ach jetzt sind wir wieder hier Ach da vorne kommst du nur rein Ich bin echt geflasht Was ist das? Was ist denn hier? Crafted Element Dust Ich bin echt geflasht Von diesen ganzen Aussehen hier Also Yo, hier unten stehen Tische Und da sind Tische Und da sind Tische, oder? Ich bin vorhin drauf umgesprungen Ich hab mich verkauft Und da sind Tische Und da sind Tische, oder? Tische Tische Für der ersten Gute, dass die Räschchen sind Aber du sagst nicht Tische Tische Das ist ein Tische Definitiv Tische Da ist ne Kilo Da ist ne Kilo Kann man nicht töten Das ist ein ganz komischer Paarer Wieso, weil er schimmert? Weil er leuchtet? Ja Will ich mir angucken Das ist ein Tische Muss ich jetzt doch gleich rüber kommen Oh nicht rot Oh nicht rot Oh nicht rot Das ist ein Tag Paarer Das ist ein Tach hat der ein hohes level also ich würde sagen vielleicht erst mal weit wenigstens auf ein bett sparen und dann vielleicht mal gucken dass wir dann den mörser danach zusammen kriegen weißt du also der eine war 48 der hier ist 8 ja dann schaffst du die beide doch locker oder ja hab ich ich mach grad schon mal dachte das wäre jetzt mal so ein spielpaarer ja es soll ja hier auch irgendwie so spezielle tiere geben ja eben und so eine hatte ich ja dachte ich hab mir gedacht und du ich baue jetzt allein schon aus holz um weil du dadurch level ist ja richtig 24 leder ich hab noch keine ahnung wie man da wo noch ein drüber kommt aber gut das werden wir dann alles sehen ich meine wir werden ja morgen denke ich auch wieder streamen wir müssen ja heute die ganze karte erkunden ne ne dieses bienengesumme ne fliegen gesumme oh die greift mich an deswegen höre ich das die ganze zeit deswegen bin ich vorhin auch schon weggelaufen wo ist sie da liegt sie naja gibt fleisch und chititin ich hab einen tappet jara grad gesehen was hast du denn ich weiß nicht das sind diese dinger die sich rollen glaube ich äh vinci du hast das leder ja ich weiß ich renne ja auch schon da weg bin ja schon gar nicht mehr da bin ja schon gar nicht mehr da bin jetzt hier hinten wieder hoch wir brauchen ein schönes bett damit wegen es immer einer zur base kommt hier zu mhm aber das ist nämlich aktuell irgendwo meine große sorge dass wir irgendwo dann sind und äh so einfach dann nicht mehr weg kommen so hier sind die tische und ich jetzt auch wieder nach hausen ich werde jetzt doch auch mal die foundation ich hab ein bisschen leder ich hab äh 90 leder damit kriegen wir definitiv ein bett und auch mörser nein ich hasse das spiel es gibt tage da mag ich akkus überhaupt nicht ich wollte grad sagen wir haben Luft in der base nein das sind holzwände ja ich wollte ja gerade umhauen müssen wir halt irgendwann mal gucken wo wir ähm oh ich pfeife Fenster rein haben wollen denn ich möchte nicht auf ewig so ein dunklen hütchen leben aber wohl genauso duke wie draußen so ähm ich muss auf jeden fall auf jeden fall brauche ich steine das ist schon mal klar steine habe ich in der zweiten kiste dort achso 100 und ah und ähm wenn du die betten auch noch machen könntest also erstmal ein mörser und vielleicht ein bett wär geil ja ich gucke ähm bett 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 So dass wir dann vielleicht auch schon mal die Hütte eventuell noch ein bisschen aus, naja, Holz umbauen, weil Holz zerfressen die Viecher nicht ganz so und ich weiß halt nicht, ob dein Schutz ist. Ja, nunk. Musst du Metal fragen? Wieso Metal? Die anderen Leute wissen das wahrscheinlich auch. Wir haben zwei Betten. Oh, schön. Und ein Mörser. Hat das geklappt? Oh, geil. Räumchen. Durch deine sechs Leder, die du auch nur in der Kiste hattest. Ja, ich hatte ja vorhin auch was getötet mit den Lüsten. Achso, ich wollte gerade trinken. Ähm. Wo willst du die Betten hinhaben? Irgendwo in die Ecke. Okay. Ich glaube, die Betten halt hinbekommen. Irgendwo in die Ecke. Sag ich, die ja schon trinken. So. Dann pack ich den Mörser jetzt hier hin. Das hab ich. Hab ich. Dann. So. Ach ja, hab ich das alles vermisst. Ähm. Was? Du rät mal ein bisschen Fleisch durch, ne? Poodies. Ach ja, ich hab auch noch 58 Fleisch. Und ein Ei. Ich hab ein Ei gegessen. Da hat mir vorhin Dodo ein Ei fallen lassen. Und ich dachte mir, jo, nimmst du. Firma Dank. Holzrampe lerne ich schon mal. Und die Holzbarrikade, ne? Dann sparen wir die Puckung. So. Na, Holztür haben wir auch schon. I hate you. Was brauchen wir noch mal? Oh. Mann. Dieser Biber. Wo denn jetzt? Hä? Ich hab mich vorhin roten Biberarsch erschrocken. Für Bolas fehlen mir Leder. Genau. Dann brauch ich noch Fasern. Ach, Fasern kann ich ja direkt sammeln. Ich will direkt schon mal einen Bogen machen. Dieses Bogen hab ich noch nicht gelernt. Weil ich gerade aktuell im Bauen bin und... Der Biberarsch ist aber blau. Wer ist blau? Der Biberarsch. Ja, aber ich hab den roten Streifen gesehen. Hält hier. Feuerstein. Ach, ich nehm hier auch schon mal ein paar Pfeile. Ich will mal kurz ins Gericht. Ja. Also hier ist eigentlich so das richtige Anfängergebiet, wie ich finde. Hm. Mh. Schwarz, blau, Metall. Wie da vorne sieht auch geil aus? Kannst du eigentlich schon Holz bauen? Könnte ich. Ich wollte mich gerade fragen, ob du Foundation bauen könntest. Ob ich was bauen könnte? Foundation. Ach, wir haben aber kaum noch Bäume hier. Ja, und? Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt egal. Oh, ich hab dich dran. Oh, Junge. Ich will an diesen Baum. Geh da weg. Ich möchte dich wirklich ungern schlagen. Was hat denn der? Ach, ich opträg's jetzt für'n Problem. Ich steh nur an. Ich steh nur hier. Schreit der mich an und rettet. Ach ja, die sind doch scheu. Ähm. Ja. Haben doch Angst vor Leib. Ich fahr'n Witz. Boah, ich hasse das. Ich steh ja aktuell, dass diese blöden Wände, also die Holzwände, nicht genau hinter die Strohwände setzt. Das heißt, du hast manchmal Doppelwände. Mega. Oh nein, das ist aus. Oh nein, das ist aus. Oh nein, das ist holzhoch. Irgendwas fehlt ja immer. Nee, das ist für ein Satz-Hausern. Packst du ihn mal weg? Danke. So. Die Brauungsfolgen werden vielleicht nicht grad in die Hand stehen, aber. Ja. Das Problem wird sein, dass du hier. Ja, genau das. Da du die hier übereinander stacken kannst, ist das mit dem Ersetzen gar nicht so leicht. Weil der nämlich da drauf baut, statt da rein. Da müssen wir den inneren Kreis, ähm, abreißen. So scheiße ist es auch für das andere Ding da ist, aber es kostet nur Stroh, Holz und ich glaube Stein. Ähm. Ja, dann. Es ist halt, ähm. Seitdem es gibt wieder so ein, äh, Tasten. Dings. Das gab's, glaub ich, bei S-Plus. Hallo, willkommen zurück. Ähm. Bei S-Plus gab's auch so ein Tasten. Meine ich. Nee. Es passiert ja auch nicht immer, dass es mal eine Foundation von, keine Ahnung, wie viel X-Tausend. Aber, äh, trotz allem. Okay, die hier kann ich jetzt so ersetzen, aber auch nur von außen. Nicht von innen. Ja gut, dann ersetzt die jetzt von außen und reißt da halt weg, weil wir haben ja alles Wichtige. Ja. Ja, alles Wichtige ist außen auf den Foundation. Ja. Okay. Fehlt mir wieder Holz. Mir auch. Und die Bäume sind, ähm, ach, stimmt. Gibt was Schlimmeres, Menschie. Warte mal. Hier liegt doch überall Holz rum. Mal nur mal aufwachten. In der Waldstraat, ich schredde alle. Wollen wir mal mit E-Spam hier rumrennen. Warum auch nicht, wenn das Zeug hier nicht ist, Ressourcen sind Ressourcen. Das ist nur ne Schnecke. Tement. Dankeschön. Noch mal Tement. Aber ich glaube, das läuft ab. Das heißt, ah, Katina. Nein. Nicht? Oh cool, da kann man was sammeln. Katina-Paste. Da steht nichts von... Nee, steht nichts von Ablaufen. Ja gut, dann machen wir's. Dann sammeln wir das in dem Fall. Ähm. Aber ich starte jetzt die Folge wieder neu. Also ich beende die Folge. Brauchst du ein Häufchen? Ich beende die Folge kurz. Moment. Moment. Moment.